lustige schule hallo willkommen zur lustigen schule schaut mal was ist das das ist eine bürste und das das ist eine haarspange haarspange und was haben wir hier das ist eine schere schere und hier das ist ein spiegel spiegel ich habe eine idee heute in der lustigen schule gehen wir alle zusammen zum schönheitssalon na los kommt mit das ist mein schönheitssalon wer wird mich heute wohl besuchen hallo valeria hallo sophia was kann ich denn für dich tun ich brauche eine maniküre und etwas make-up prima setz dich hin super lass uns mal anfangen nein das nicht das auch nicht das ist eine nagelfeile für die nägel fangen wir mit deiner ersten hand am super super schön hast du auch nagellack na klar sophia ich habe hier zwei und hier noch welche wir haben weiß lila orange gelb und pink mal gucken nein die farbe nicht die auch nicht ich nehme pink pink möchte ich prima auswahl die kommen super fertig vielen dank valeria jetzt fehlt die schminke schau mal welche farbe möchtest du ich nehme die farbe die wird dir prima stehen super fertig super ich sehe wunderschön aus jetzt kann ich endlich zur party gehen viel spaß sophia valeria hallo fluttershy rarity so schön euch zu sehen meine haare sehen nicht so schön aus du musst sie unbedingt bürsten hm lass mal schauen ja das sieht nicht gut aus die müssen schon gekämpft werden rarity du kannst du lange platz nehmen ok ich brauche eine bürste welche nehme ich die oder die die hier die braucht man um die haare zu bürsten schon besser aber ich glaube du brauchst neue locken die locken mache ich mit dem lockenstab der lockenstab ist sehr heiß und jetzt müssen wir eine minute warten oh schau mal jetzt hast du schöne locken oh valeria darf ich auch sehen aber na klar dafür brauchen wir einen spiegel oh das sieht ja toll aus danke und zum schluss brauchst du eine schöne haarspange ich glaube diese haarspange passt ihr perfekt jetzt kannst du wieder was sehen super du bist fertig oh danke rarity jetzt bist du dran juhu endlich und sag was kann ich für dich tun ich brauche unbedingt einen haarschnitt kannst du mir die spitzen schneiden ja klar das ist meine spezialität hm wo sind denn meine scheren hm hier nicht hier auch nicht oh ich finde meine schere nicht aber ich brauche einen haarschnitt oh nicht weinen rarity ich gehe schnell zum laden und hole eine schere bin gleich wieder da super idee flatter shy während sie unterwegs ist zeigen wir euch ein cartoon die vier kleinen autos das schwarze auto ist auf dem spielplatz oh was soll denn das hey warum hast du den korb umgeworfen autos schnell zum spielplatz das schwarze auto klaut einen bauglotz wir müssen ihm nachfahren und den bauglotz zurückholen schneller 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 er haut ab da vorne ist ein bahnübergang ihr müsst anhalten das gelbe auto gibt dem polizeiauto bescheid es kann ihnen helfen das schwarze auto zu fassen das blaue und das grüne auto verfolgen das schwarze auto oh das grüne auto steckt im schlamm fest hilfe danke schön und was macht das schwarze auto so schau mal es ist umzingelt bring den bauglotz zurück zum spielplatz und jetzt bring alles wieder in ordnung autos helft ihr mit gut gemacht gut gemacht gut gemacht gut gemacht Untertitelung. BR 2018 Verzeiht ihr dem schwarzen Auto? Du kannst wieder los. Sei in Zukunft aber nicht mehr so frech. Oh, die haben ja schöne Sachen hier. Oh, das ist ein Rasierer. Und hier haben wir einen Spiegel. Oh, und hier haben wir sogar Spanien. Und ein Füllen. Oh, super Sachen haben die hier. Hallo, kann ich dir helfen? Hallo, Lifty. Ja, ich brauche unbedingt eine Schere. Oh, schau mal, hier auf dem Tisch habe ich verschiedene Scheren. Ich habe grün, lila und lila mit pink. Hm, die grüne ist viel zu klein. Die lila, hm, ich glaube, das passt nicht. Ich nehme die lila-pinke. Super, kein Problem. Das macht 25. Hier, nimm meine Karte. Danke für deinen Einkauf. Bis zum nächsten Mal, Lifty. Danke. Tschüss. Tschüss. Rarity, hat dir der Cartoon gefallen? Ja, er ist super. Oh, das freut mich. Schau mal, wer wieder da ist. Mädels, ich habe eine Schere gekauft. Oh, super, das ging ja schnell. Vielen Dank. Das ist eine schöne Schere, aber aufpassen. Die ist ganz schön scharf hier. Oh, Valeria, aber schneid nicht zu viel ab, bitte. Keine Sorge, ich mache nur ein wenig. Hier noch etwas. Ich glaube, das war's. Juhu, danke, danke. Ah, warte. Ich habe hier noch ein Parfüm für dich. Jetzt bist du fertig. Mh, das riecht ja lecker. Mh. Genau, das riecht nach frischen Blumen. Danke, Valeria, wir müssen jetzt los. Vielen Dank, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.